Hallo liebe Leute, grüß dich zu dem Witz des Tages von der Minutke Winter. Heute ist der Spatzenwitz, um meine Summe weiter. Hallo liebe Leute, grüß dich zu dem Witz des Tages, wie war es jeden Tag? Heute ist der Spatzenwitz, und zwar ist der von König Knirsch und ich soll von den Spreider 15.5.8.0 grüßen und dann fiel man live. Der König Knirsch hat mir den Witz über Facebook geschrieben, könnt ihr auch. Der Spatzenwitz, da geht es so, sitzen zwei Spatzen auf dem Dach und dann fliegt ein Lütenegger vorbei. Sagt der eine Spatz, mein ist ja schnell. Sagt der andere Spatz, ja wenn der hinterbrennen will, wirst du auch so schnell. Sitzen zwei Spatzen auf dem Dach und dann fliegt ein Lütenegger oben vorbei. Dann sagt der eine Spatz, oh mein ist ja schnell. Sagt der Spatz, ja wenn dein hinterbrennt, wirst du auch so schnell. Erklärung, ein Düsenjäger hat hinten am Hintern eine Düse mit, wo dann Feuer rauskommt, heiße Luft und fliegt deswegen. Und wenn der Spatz an der brennen Hinterhand, wäre auch so schnell wie ein Düsenjäger. Okay, tschau, kann man bitte abonnieren. Und da könnt ihr gerade zum Unabfahren auf meiner Seite. Aber ich tippe, wie man gerade zum Unabfahren kann. Jetzt ist es noch gerade, zum demnächst werde ich so 8 bis 10 Euro für den Tipp haben. Okay, tschau, kann man bitte abonnieren.